Das ist ja mal wieder appetitlich. Dominik ist hier schon ein paar Stunden dran an dem Ding und ich würde sagen, wir haben wieder mal eine schöne Höhle im Haus. Guckt mal rein. Das finde ich ist ganz aussagekräftig für den Gesamtzustand des Autos. Dominik ist da schon ein paar Stunden dran und wird auch noch ein bisschen brauchen. Der Kunde will damit morgen in Urlaub und ich verstehe, dass er mit dem Zustand, den er vorher nicht da hinfahren will, ganz schön keimig das Ding. Aber kommt gut voran, hat viele Flächen, Dampfreiniger. Von daher bin ich guter Dinge, dass das seinen Weg geht. Ich würde sagen, wir nehmen euch mit durch dieses ganze Auto einfach mal so eine Innenreinigung extremeren Fall, wie wir da vorgehen und wie wir auch das Ding hinbekommen. Ein gutes Konzept ist alles bei solch extremen Verschmutzen und großen Autos. Man muss natürlich dazu sagen, jetzt ist hier kein keimiger Schmutz, sondern einfach Schmutz, der sich über die Jahre ansammelt, wenn man immer nur regelmäßig mal durchsaugt und irgendwie Staub wischt und der ganze Schmutz, den man von Wohnen in so einem Camper halt verursacht, nicht mal komplett weggemacht wird. Deswegen ist hier wirklich mal eine Grundreinigung nötig und da kann ich sagen, anderthalb Tage sind für so einen Innenraum mehr als normal, wenn man ihn wirklich, wirklich gut sauber machen will. Man sieht es allein an dem Boden, diese ganzen feinen Karos, da müssen wir überall rein. Aber bevor wir uns jetzt über Details Gedanken machen, fangen wir erstmal vorne an. Der Wagen ist zwar schon relativ gut gesaugt vom Eigentümer, aber wir saugen trotzdem nochmal die Ecken und Kanten durch, um wirklich den Schmutz überall rauszubekommen. Wichtig ist natürlich bei fremden Autos, wir wissen nicht, die Leute leben da drin, was ist da passiert, also zumindest eine FFP2, FFP3 Maske. In dem Fall hat der Dominik eine Halbmaske, einfach weil sie ein bisschen bequemer ist auf die Dauer und dann mit Druckluft und dem Sauger erstmal alle losen Partikel entfernt. Ihr habt gesehen, da kommt noch ein Taschentuch raus, deswegen Maskehandschuhe sind Pflicht. Dann haben wir uns erstmal um die Polster gekümmert, weil hierbei durchs Bürsten, durchs Sprühen natürlich auch noch Reiniger auf die umliegenden Oberflächen kommen kann. Deswegen macht es Sinn, erst die Polster komplett zu machen, wenn man sie mit dem Nasssauger behandelt, was wir hier tun werden. Erstmal Polster komplett und dann kümmern wir uns um die anderen Oberflächen. Als Reiniger haben wir uns für den Multistar von Sonax in 1 zu 10 entschieden. Ganz einfach, weil das ja ein Wohnmobil ist im weitesten Sinne. Das heißt, wir wollten hier nicht mit so extrem starker Chemie ran, weil die Leute ja darauf sitzen, darin leben, vielleicht auch mal irgendwie Essen drankommen. Deswegen einfach etwas Milderes. Dafür ein bisschen länger wirken lassen, alle Flächen eingesprüht. Wichtig ist, darauf zu achten, die Sitze nicht zu durchnässen. Wenn die Sitze wirklich komplett nass gesprüht werden, dass der Reiniger schon richtig runter tropft und man den am besten noch gleich reinmassiert, dann haben wir das Problem, dass wir vielleicht die Polsterung nass machen und dass es zu Schimmelbildung kommen kann. Außerdem kriegen wir den Reiniger und den gelösten Schmutz nie wieder raus. Das heißt, einmal einsprühen und dann erstmal einen Moment wirken lassen, dass der Reiniger gar nicht so tief absinkt, sondern anfängt zu trocknen, bevor ich mit irgendwelchen weiteren Maßnahmen rangehe. Hier hat Dominik schon mit der Bürste erstmal die Armlehne bearbeitet. Das geht, da ist keine Polsterung. Ansonsten erstmal einen Moment wirken lassen und dann mit Dampf, Bürsten, Tuch, Schwemm, was auch immer ihr wollt, bearbeiten, weil dann trocknet der Reiniger so leicht in der Oberfläche an, sinkt nicht zu tief ein, als wenn ich ihn jetzt gleich noch mit Bürsten und Co. in die Tiefe reindrücke. Das ist ganz, ganz wichtig. Also hier haben wir uns für einen Dampfreiniger entschieden, einfach weil der auch gut desinfiziert und dann anschließend den Reiniger super gründlich, bis kein Schaum mehr kommt sozusagen, aus den Oberflächen raussaugen. Hier haben wir den Kärcher Putzi genommen. Meiner Meinung nach der beste Waschsauger auf dem Markt. Kommt man auch nicht wirklich dran vorbei, wenn man wirklich einen gewerbetauglichen, sehr guten Waschsauger haben will. Ansonsten ist der Albatross, den wir auch jahrelang benutzt haben, für Hobby und Nebengewerbe ausreichend. Also wie gesagt, hier wirklich so lange saugen, bis kein Schaum mehr kommt. Das ist wieder der Nachteil am Multistar. Der schäumt halt sehr stark, aber ein Tod muss man sterben. Irgendwo muss man es dann entscheiden. Wichtig ist halt, dass ihr dann im Spurextraktionssauger eine Schaumbremse einsetzt, dann schäumt euch der ganze Tank hoch. Das heißt, ihr müsst dauernd den Tank leer machen, also irgendeinen Entschäumer einfach mit in den Tank geben. Der Kärcher hat sogar einen extra Tank, wo der mit reinkommt. Der wird dann dem Spülwasser zugegeben. Lange Rede gar keinen Sinn, aber es mir gerade eingefallen, weil ich das hier so bunt schäumsehe. Ja, und dann ging es auch noch an die anderen Flächen. Wir haben bei so einem großen Auto, wo es ging, mit einer großen Akkubürste gearbeitet, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen, um schneller voranzukommen. Aber es war natürlich nicht überall drin. Deswegen je nach Material und Geräumigkeit sozusagen, Erreichbarkeit der Oberfläche, haben wir auch kleine Pinsel, Scrubpads, Bürstchen, Schwämmchen genommen. Also alles, was man halt so zur Hand hat, um alle Oberflächen sauber zu halten. Das ist das Schöne an so einem, sag ich mal, relativ anspruchslosen Oberflächen wie diesem Kunststoff, dass man einfach sieht, vorher schmutzig, ich gehe rüber und wenn sauber ist, ist es sauber. Das heißt, da braucht man kein großes Geheimnis draus machen. Wir haben für den ganzen Wagen den Multistar weitergenommen, aufsprühen, einarbeiten, abwischen. Wenn es sauber ist, ist schön. Wenn nicht, das Ganze wiederholen, bis wir fertig sind. Wichtig ist, den Reiniger natürlich wieder gut mit dem gelösten Schmutz feucht abwischen, damit keine Reinigerreste auf der Oberfläche bleiben und die Kanten vielleicht mit Druckluft durchpusten, damit der Reiniger eben da auch aus den Ecken raus ist. So, 21.30 Uhr circa ist es jetzt. Der VW-Bus ist endlich fertig. Jetzt muss ich bloß den Schuldi suchen, der einen verbockt hat. Dominik, was hast du denn da gemacht? Ja. Was hast du denn da kalkuliert und was hast du den ganzen Tag gemacht? Den ganzen Tag am Bus geschrubbt, aber ein bisschen fehlkalkuliert. Wir hätten ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Eventuell. Eventuell wollte der Kunde auch morgen früh in den Urlaub und kann man halt nicht nein sagen, also sind wir heute länger geblieben. Sind wir heute länger geblieben. Wir haben das Auto zu dritt fertig gemacht. Danke nochmal an Denise. Wir haben ihn endlich fertig. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Ich mache jetzt endlich Feierabend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis später. We were. We are. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020